Ich komme aus der Schweiz und ich ranke jetzt Städte mit dem richtigen Dialekt, Chur, das ist schon mal richtig mit Graubünden, Chur eigentlich eine hässliche Stadt, muss man nicht herangehen, mache ich mal auf 8, gut, gehen wir weiter, mal schauen was kommt, Zürich, ja, Zürich ist eine schöne Stadt, kann man mal machen, viel Geld, Chur, alles dort, ja, ich würde Zürich schon, eigentlich schon eine mega tolle Stadt, ist mega schön, mega toll, mache ich aufs 4. Eugigl, Bern ist das Reviergigl, also, wenn wir mal schauen, was wir um mich da Bern anziehen, also, Bern ist das schon eine schöne Stadt, die Hauptstadt der Schweiz, aber irgendwie, irgendwie auf dem Hügel oben, weiss ich jetzt auch nicht, du gehst auch so alles ein bisschen langsam dort, ja, viel Wellofahre, mach mal aufs 5, mal schauen was noch kommt, vielleicht scheisse ich auch drei, Luzern, Luzern ist eine wunderbar schöne Stadt, muss man einfach mal herangehen, kann ich nicht so gut, ich mache auf 3, Luzern, wunderbar, St. Gallen, weisst du, ich bestelle mir eine Red Bull Sugar Free in St. Gallen, St. Gallen ist eine sehr scheisse Stadt, kein Mann, mache ich aufs 9, keine Bock auf St. Gallen, alle nur dort HSG, Basel, ja, Basel, natürlich meine Heimatstadt, Basel, objektiv gesehen, vielleicht nicht die schönste Stadt, aber wenn man dort ist und lebt, dann sieht man, dass dort das Leben ist und darum mache ich Basel ganz klar auf Platz 1, kann man diskutieren, wenn man will, Biel, okay, Biel, 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 Scheisse, bis auf die Musik in Biel, Genf, Genf ist für mich tatsächlich nicht Schweiz, sondern Frankreich, darum, ja, da, Schödo, Genf ist eh alles, 7, aber das einzige Geile an Genf ist, dass es dort so Läder hat, was es sonst nicht in der Schweiz gibt, Schaffhausen auch, ich weiß, Schaffhausen ist scheisse, man, niemand geht auf Schaffhausen tatsächlich, Lugano, Burga, Miserea, ich tue schauen, wo ich das herantue, Kennen Sie die Leute, die so französisch-deutsch reden, ich muss schauen, wo ich das herantue, ich kann es nicht, Christa Grigotzi 2, okay?